Herzlich Willkommen bei Conan the Exile mit eurem Arm Seth Finally, they left you to die What will you do, Exile, when there is nothing left but to live or die? What will you do, Exile, when there is nothing left but to live or die? Now that you've chosen, what will you become? Ja, das war der Trailer zu Conan Exile. Okay, ich hoffe er hat euch gefallen, genauso gut wie mir, ich finde ihn super gut gelungen und ich würde euch gerne mit auf die Reise von Conan the Barbar nehmen, um euch zu zeigen, wie wir uns entwickeln können, wie wir stärker werden, wie wir Gegner eliminieren, wie wir unsere Base weiter aufbauen, wie wir unsere ersten Sklaven selbst organisieren, selbst ausbilden, wie wir unsere Base damit schützen können und vieles weitere, wenn ihr darauf Bock habt, abonniert den Kanal hier, drückt auf die Glocke und ihr seht, wenn der nächste Teil von Conan the Barbar rauskommt. Ich bin so überwältigt schon von diesem Spiel, ich habe es eben halt kurz angezockt mit einem Freund und ich muss euch sagen, es macht mordsmäßig Bock. Es ist der absolute Hammer. Also dementsprechend Daumen nach oben, Kommentar da lassen, wie ihr das Game findet und dann abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr die nächsten Teil nicht verpasst. Euer Amstaff. Am nächsten Teil zeigen wir euch, was wir schon gebaut haben in unserer Base und dann wird höchstwahrscheinlich mein Kollege auch mit dabei sein und euch ein wenig Tipps, Tricks und Farming-Tour, wie auch immer, was gerade kommt in dieser unfassbaren Welt. Da ist so vieles möglich. Wir sind auf dem PvP-Server und da geht es richtig ab. Wir werden auch auf andere Spieler treffen und werden wilde Kämpfer haben. Lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Amstaff. Bis dahin, euer Amstaff.